yo leute herzlich willkommen bei mc mario ich muss ein bisschen lauter reden weil ich kann also ich kann das game nicht leichter stellen das heißt ich muss ein bisschen lauter reden hey hey the hamburger has won off with my magic back please help us get it back und damit herzlich willkommen zu fake mario games das hier ist mc mario und scheinbar müssen wir irgendetwas mit runden und da unten links sehen wir eine pistole search the levels of my clubhouse entry drive at least four of my passik hat wenn ich heute nicht komplett heißer bin dann weiß ich auch nicht warum if you come back to my house with four cards i will show you how to get to birdies haus fangen wir mit level eins an wandels clubhouse level one der garden hallo okay hiermit springe ich mit a und ja okay die musik ist ein banger boom 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 geht nicht oi gegner ich kann mich stucken krass irgendwie habe ich gedacht dass wir jetzt komplett scheiße das game und das wollte ich nicht ich wünsche mal dass das dir passiert wer auch immer du bist und warum guckst du mir überhaupt zu wie ich hier gerade was am zocken bin ich wünsche dass dir das passiert ich liebe dich auch wenn du es mir nicht glaubst ich habe gewonnen was wer ist das level 3 level 2 wir spielen die ersten drei level dann kommt das nächste game oh oh was ist das was ist das one is clubhouse level 2 go for growth tut mir leid manche englische begriffe kenne ich nicht ist das hier ein remix vom soundtrick wenn ja ist das voll geil ey ne ich kann die gegner nicht besiegen ey ich will da hoch so so ey geh da hoch scheiß mario geh da hoch ne komm weiter ich muss euch die fake marios zeigen und dann bringt es nichts wenn ich zu lange in einem unterwegs letzte chance für level nummer zwei danach gehen wir zu level nummer drei gucken uns das an wenn das nicht ein banger ist dann gehen wir zum nächsten game das hier ist übrigens super mario go oder super mario go und hier sind mehrere games nicht nur das eine hier okay nächste noch einmal kurz level 3 ich wollte euch die ersten drei level zeigen und oi sind das items ne oder ne kann ich da rein yes das das ist geil das anfang nicht so gefallen aber das wie gefällt mir auch nicht so ganz ja ich liebe diesen soundtrick okay nächstes game ich weiß zwar nicht ob das so genau was was mit mario zu tun hatte aber das heißt mario fast food und wir brauchen internet und ja machlos fast food es kann sein dass das einfach nur ein liefer service ist welcome to marios fast food na 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 nach nachdem okay okay das bringt eigentlich überhaupt nichts das ist nottingham da wohnt war binhurt was sind das menü es haben die leite am kebab sie haben es auch von freut schicken webs extras jungs sind was haben die denn so zum trinken da haben die pizza margarita cheese and tomato pizza dann keine margarita voll scheiße wie viele pizzas haben die ja wie viel ist das das ist viel zu viel wer soll das alles essen wie viel ist das okay mario slash okay ja wenn ihr was bei mario fast food bestellen wollt könnt ihr es gerne machen das hier ist der homenü übrigens ist das eigentlich so eine aufrechte app oder das ist eine aufrechte app und nicht so viel schräg okay das ergibt viel mehr sind ja weise was bestellen wollt könnt ihr gerne machen bringt euch aber nichts ihr seid hier deutschland und nicht in nottingham okay nächstes game herzlich willkommen bei super rabbit world super englisch okay tap to continue ja das sieht voll aus wie ein pedo start game stochis episode 1 das sieht aber voll geil aus die kamera ist so nicht so das beste feuer das zum was ist das hier ich habe ja mal voll das neue game hier entdeckt und man kann schlagen und so war das ist okay okay boom 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 und rein in die roche hallo 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 geht nicht Feuerbälle! Destroy Bricks, das oder das? Okay, kein Kämpfisch, weil ich vermute mal Feuerbälle hat man nicht so viele Boom! 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 Ich bin voll der Pro hier! Boom! Und hier kann ich rein, aber da vorne nicht! Okay, ich liebe das Game! Und hoch! Alter, wie geil ist das Game hier, bitteschön! Ich habe ja mal voll das geile Game entdeckt! Ich dachte, es wäre jetzt irgendwie voll scheiße oder so! Das ist immer voll gut! Voll geile Grafik und so ein Scheiß! Boom! 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 Ich habe ein Herz! Äh, okay! Some pipe has a secret path! Boom! 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 Oh, hier sind zwei! Ich muss mich entscheiden! Ich gehe! Hier kann ich nicht rein! Und hier auch nichts! Äh, okay! Äh, was ist das? Das sieht ja voll scheiße aus! Die Werbung wird nicht rausgeschüttet, meine Freunde. Es ist mein Fehler, dass ich das WLAN angelassen habe und ihr müsst da mit drunter leiden. So, level clear. So, perfekt. Jetzt gehen wir zum nächsten Game. Leute, das hier ist jetzt LOL Card. Ich habe gerade gesehen, ich habe das WLAN auch gerade eben ausgeholt. Das heißt, ich habe wahrscheinlich am Game gelegen. Bereits für das Rennen, das hier ist das Training, okay? Okay, das hier ist Spurwechsel, dieses Teil da unten. Boom, ein Booster. Noch ein Booster. Ich bin ja voll der Pro hier. Boom, ich habe mich weggerammt. Und ich jetzt auch Red Luigi. Nutze den Boost. Boom. 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 War der Gewinner hier. Yeah, erster Platz. Okay, Training Nummer 2. Three, two, one. Goal. Oh, das ist voll geil. Ich hoffe, das könnte ich in meiner Freizeit spielen. Und nicht irgendwie so auf YouTube oder so. Ey, ey, ey. 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 Voll unfair hier. Zweit. Dritter. Ey. Dieser scheiß Pferdekopf. Okay, das ist so geil. Hier tippen, um dein Training abzuschließen. Das ist so geil. Ey. 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 erster ja ich nehme das vor ok nur eins wir können verbessern wir nehmen die den Turbo oh wir können uns das hier leisten und das war's und zwar die antriebswelle die geschwindigkeit geht somit höher oh ich will doch nicht beschwolleinigen 5 minuten garage oh wir können noch andere autos redbridge donald donatello und superfabio metalman sailor pool mummy prison break sam dunk laurent craft super underpants ted neck deb dead bird blue wolf mr shiny metal wick off barrack speederman tom run adventure dead so nice abraham das ist so nice big balls z oh der sieht krass aus kitt wood gangstan mad dog george mr mankini captain evil very bad man touch dan lucky charles kubaker stormpooper stormpooper teddy love zombie of pop skeleton good guy benny wise golden bot duke sky talker lovemaster und zombie oh voll sexy girl ich bin jetzt mal als superfabio ey ich bin superfabio von superburs ey wie wird dich dich aus und freund und ausdrücklich das hilft dir noch irgendwie kontinuier ne gut gut ich will dich nicht mehr hallo ich will jemand anderen ok dann noch einmal den hut oh krass alter wir können hüte abschne- an alter voll das ist geil ok nächstes rennen und los geht's wir haben direkt einen boost wir her ex ok her father boom her ex her father boom your crush ok das game ist so geil und das kann sich öfter spielen ok trainiert von sieben hier schließen das training ab und dann ist das ich glaube letzte game dran ok ok belohnung das darf ok leider nicht so viel schade training und und boost boom uuuuuhhhhhh ok o gogo Bist du Goku? Ey! Ey, Goku, weg da! Ich hasse dich. Voll scheiße von dir. Ey, einfach ein Power-Up, oder was? Willst du mich komplett verarschen? Einfach der Bang-Bang. Boom, ich hab gewonnen. Ich bin Erster. Das war Training 5 von 7. Ja, das war Goku. Okay, wir nehmen das hier. Und 2 Dollar, krass. Man muss das als würde ich für Echtgeld kaufen. Okay, Jerry ist dabei. Und Morty. Ist das doch online? Nein. Ich hab nämlich kein Internet an. Boom, weggecrashed. Alter, muss man, wenn es online wird, dann werden die auch mehr crashen machen. So, scheiße. Boost! Oh. Nicht? Nein! Nein! Boost! Mann, egal. Ich hab dich überholt. Und nochmal Boost! Ja, ich hab gewonnen! Das war Training 6 von 7. Und jetzt kommt das letzte Training. Ey, das sieht einfach so ungesund aus, dass man den Knopf zu gehen soll. Und 3 Dollar! Ui! Boom! Boom! Ja! Ey, da ist ganz vorne ist einer. Den bekommen wir noch. Are you ready? You are not ready, my friend. Boom! Gewonnen! Ja! Ey, das... Das macht voll Bock. Und... Und das hier. 520! Yeah! Alter. Strecken erstellen. Brennen online, okay. Event online. Weltkopf. Cut. Okay. Super. Laden! Okay, online. Okay, es scheint ein online-game zu sein. Okay, gucken wir uns noch einmal ein Rennen an. Okay, es ist online. Okay. Okay. Nix. 3, 2, 1. Okay, es ist online. Alter, was geht denn hier ab? Warum ist das Game so krass? Okay, wir sind vierter, aber... Okay, okay. Es scheint auf jeden Fall mal online zu sein. Okay. Boom! Einsammeln! Und das hier. 80 Münzen. Leider fast gar nichts. Verraschen. Okay, nächstes Game! Gut, bei diesem Game werde ich jetzt wahrscheinlich schon das erste Level spielen. Weil ich weiß, dass es sehr schwer ist. Und je nachdem, wie lang es dauert... Je nachdem, wie lang es dauert, nur das erste Level. Okay. Boom! Boom! Okay, schade. Wartet. So, ich hoffe, der Ton ist jetzt bei euch auch weg. Das geht nicht auf. So, auch nicht. Auch nicht. So. Aim. Ey! Boom! 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 Den müssen wir jetzt irgendwie ausdrücken. So, bei diesen Stacheln, da stirbt man. Oh, ich kann nicht schreien. Krass! Ey! Okay! Boom! 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 Hier hinten. Und dann. So. 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 Boom! Ich bin ja voll der Pro hier. Pro-Gamer 69 am Start. Ey, aber was ist das hier für ein Game? Jetzt mal ehrlich. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht zu unfair. Und da reagiert dann der Sprungknopf nicht. Als ob. Als ob. Oh, okay. Okay, und da geht der halbe Boden weg. Okay, da darf ich nicht rein, weil da dann scheinbar uns die schwache Blöcke sind oder was? Und hier geht der Tür. Ich hab mich gerettet. Ey, ich hab mich. Ich hab nicht gedacht, dass das geht. Ich hab ja in meinem Leben sehr viel Anfänger Mario gespielt. Und da kann man sich nicht retten. Bei dieser Wolke, da stirbt man. Ich kenn das ja das Game nämlich noch bisschen. Ja, und hier kommen die sowas nicht mal an Teile. Boom. 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 Wenn ihr euch fragt. Wieso mich dieses Game so zum Ausrasten bringt? Lade es euch das selbst mal. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Lade es euch das rum. Schreib da einfach Cat Mario hin. Wie? Ich geh mal in diese Woche da. Was ist das ja das Rätsel? Das ist mich aber irgendwie nicht vermutlich. Soll ich sagen, wie heißt so? Ist okay. Ja, siehste. Wusste ich doch. Ey. Der Anfang ist der Witz. Ich hab immer so'n krassen Umweg gemacht. Und so weiter. Man stirbt da einfach. Okay. Ich hab ne kleine Vermutung. Vielleicht wenn ich da ein bisschen länger steh'n vielleicht. Spawnen die dann? Okay. Nächstes Game. Nächstes Game. Okay. Herzlich willkommen bei Project G oder sowas. Keine Ahnung, wie's heißt. Ich hoffe, dass... Es soll so ähnlich sein wie Mario Maker. Es ist auch so ähnlich wie Mario Maker. Ich hab nur grad ein Klitzel. Kleines Problem. Warum ist das so ähnlich? Okay, da ist das Ziel. Ist das hier so ein Gegner? Hm? Ja, Gegner. Was war's? Keine Ahnung. Ich guck mir das Game nur grad mal an. Okay. Ich hab die Tellerhange. Oh, ich hab die Tellerhange. Boom. 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 Und das hier. Das war's so ähnlich wie das. Und Münzen. Ja. Dann fangen wir mal. Play. Hallo? Hey. Nee. So. Hallo. Ich will das jetzt spielen. Äh, okay. Äh. Ja. Okay. Akzeptieren. Okay. Okay. Homepage, ja. Nie, welles. So. Wie geil ist diese Musik, bitte. Eih. Warum bin ich... Ich bin da lang geschlittert. Hier, entschlittert er das noch so ein bisschen lang? Warum ist der... Äh. Ey. Ich wollt grad... Ich wollt grad sagen, die Musik ist so schön idyllisch und so. Ach. Das ist ja noch gar nicht idyllisch. Das ist ein... ...höllischer Schmerz. Ey. Boom, 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 boom. Boom. Alter. Okay, was sind X? Was macht X? Nix. Y nix. B springen und Z springen. Länger man gedrückt wird, um zu höher springen. Das heißt nur... Alter. Warum? Ey. Ey, 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 ey. Nicht ausrasten. Pause. Pause. Salir. Ey, die sprechen einfach diese krasse Sprache, oder? Voll krass. Und wie kommst du jetzt zu... Ah, Justis? Nee. Ich muss kurz... Wie bekomme ich meinen Länger? Ja. Sie. Ich will das spielen. Ich kann das nicht spielen. Ey, ne. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Tschüss. Und ja.